Silas Ristl, du bist der neue deutsche Hallenmeister im Kugelstoß und herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Nimm mich mal mit in diesen letzten Versuch. Du standest schon als Deutscher Meister fest, die ganze Halle hat gebebt und dann hast du da nochmal so richtig einen rausgehauen. Wie hast du den Stoß erlebt? Ja, eigentlich sehr gut. Die Energie, wo holt man die Energie her? Natürlich hier vom Publikum. Die pushen einen nochmal und wenn alle dich anfeuern, dann kriegt man nochmal die Energie raus und versucht nochmal an die 20 Meter, so immer der Kugelstoßertraum zu stoßen. Zu den 20 Metern haben jetzt heute noch ein paar wenige Zentimeterchen gefehlt. Ist dann auch ein ganz kleines weinendes Auge dabei? Ja, vielleicht ein wenig, aber ich freue mich überhaupt, hier den deutschen Titel haben zu dürfen. Du bist als Führender der Meldeliste hierher gekommen. Hast du dich im Vorfeld als Favorit gesehen? Nee, würde ich nicht so sagen, denn Drehstoß ist, ja, da kann viel passieren. Und deswegen, Vorleistung war ganz gut, aber der Wettkampf schreibt seine eigenen Gesetze. Du hast dich in dieser Hallensaison richtig toll verbessert und ins Blickfeld geschoben. Was läuft denn dieses Jahr so gut bei dir? Ich würde sagen, die Technik, auch mit dem Beruflichen passt jetzt alles. Und ja, viel an der Technik gearbeitet, im Kraftraum und der gesamte Umfang, der passt dieses Jahr sehr gut. Kannst du das zu dem Beruflichen noch kurz erläutern? Was hat sich da jetzt für dich geändert? Ich habe einfach meine Arbeitszeiten angepasst und auch so den Urlaub. Und jetzt ist alles ein bisschen leichter. Und wie wird der deutsche Meistertitel jetzt gefeiert? Ja, ich treffe mich jetzt erstmal mit meiner Familie, mit meiner Frau und dann denke ich, dass wir heute Abend noch ein kühles Getränk trinken werden. Und ja, soweit mal noch nichts geplant. Wir werden sehen. Dann wünsche ich dir viel Spaß beim Feiern. Genieß es. Dankeschön. Vielen Dank.